So, jetzt müssen wir die Alba finden. Sollen wir nur hingehen? Wir haben es eben probiert, Aloy, aber... Es gibt ein paar Sachen, wo ich mir denke, nee. Ein Vorgängerspiel hat es verdient. Das hier leider nicht. Schon lang genug, der Mist. So, ich habe keine Ahnung, ob ich da überhaupt... ...richtig bin. Ich meine, hier gibt es bestimmt viel zu entdecken, aber... Ich sollte jetzt Reißhörner überbrücken können. Ich bin ein Vorgänger. 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 So So haben wir Sind wir überhaupt richtig? Ja, ne? Super Oh, ein Krieg, wir sind so weit durch Und das mit dem Sammeln und dem Beutel upgraden und so Macht halt auch keinen Spaß, weil es einfach zu viel ist Ich weiß nicht warum Vielleicht hab ich da Vielleicht bin ich da einfach nur mittlerweile zu faul geworden Aber Too much is too much Na dann Ich bin Motta Schst, sie kommt wieder Ruhe dich aus Behalte sie im Auge Ist sie krank? Du bist Aloy Nicht wahr? Begleite mich Ich bin Artikel Kommandantin des Tieflandclans Das Mädchen Sela Sie hat eine Blutjochvergiftung Seit Monaten verseucht es unser Wasser und Verdirbt Essen Und Trinken Wir haben gelernt einigermaßen damit zu leben Doch kürzlich Einfach so Verschwand dieser Dreck fast ganz aus dem Tiefland Nur ein Fluss ist noch rot Wie ein Aderabzweig Eines Kadavers Also ist das Wasser hier noch giftig? Ganz genau Mein bester Tug geführt von Sela's Mutter Sollte die Quelle suchen Sie sind nicht zurückgekehrt Hikaru erzählte wie du in der Kulrut ein Stück des Throns auf Regala fallen liest Du hast ihn gerettet Leih mir deine Kraft Gemeinsam finden wir meinen Trupp und die Quelle des Gifts Ich helfe dir mit dem vermissten Trupp Gut Ich breche jetzt auf Je länger sich das Blutjoch hält Desto länger leidet mein Volk Wir fahren den Roten Fluss Wie es auch der Trupp getan hat Vielleicht entdecken wir irgendeine Spur Bereit? Ja, das machen wir Brechen wir auf Wir beginnen an der Mündung des Roten Flusses Hier lang Monatelang seist du wie vom stärksten Krieger bis zum kleinsten Kind jeder vom Blutjoch krank wurde Als sich die anderen Flüsse klärten schien sich das Blatt endlich zu wenden Dass diese Hoffnung starb Hey Wir werden die Ursache finden Wir müssen Ja, machen wir das mal Das ist die Mündung des Flusses Folgen wir im Fluss aufwärts Finden wir die Quelle des Gifts Und hoffentlich Den Trupp Na dann Ich werde dir folgen Dann wollen wir mal gucken Was den Fluss so vergiftet Also manchmal sind das doch Wir kommen schon doch zu ein paar Nebenquests Die mich dann interessieren Aber Irgendwie Auch nur Semimäßig Und ich will ja jetzt nicht dauerhaft allem Durchfolgen Wir rüber oder klettern Das Wasser selbst ist aber nicht rot Selbst das Wasser Gefälle hätten sie wenigstens rot machen können Machen wir mal gucken Was haben wir denn für Outfits Habe ich nicht mehr So, was haben wir denn hier Konzentration Konzentration Waffen Ausdauerregeneration Das ist okay Nahkampfschaden Ausdauerregeneration Und Warum eigentlich nicht So Wir hätten natürlich auch hochklettern können Irgendwie kämpfen Der Trupp könnte in Schwierigkeiten sein Die Nacktsoldaten Das ist der Trupp Wir müssen diese Maschinen erledigen Verstärkung ist da Die Nacktsoldaten Das ist aber eine Maschine schon mal weniger Was ne Ich bin aber echt zu blöd zum Treffen So Erstmal hier alles looten Ich war ein bisschen Hier immer noch Jäger Kommandantin Aber im Rucksack Streiterin des Häuptlings Eure Hilfe kam wie gerufen So Nehmen wir mal mit Das ist eine interessante Rüstung Die die da tragen Fanden wir das Wir wollten genauer nachsehen Wir waren gerade beim Aufstieg Als diese Maschinen angriffen Sie waren wohl auf Patrouille Tote Maschinen Ein vergifteter Fluss Und Regalas Rebellen Das kann kein Zufall sein Du hast recht Ruhe dich aus Und geh zurück nach Dornmarsch Die kleine Sella wartet auf dich Aloy und ich übernehmen jetzt Ja Kommandantin Wenn dort Rebellen sind Könnte es eine Falle sein Wir kämpfen uns durch So oder so Bist du dabei? Los ab nach oben Na dann Wollen wir doch mal gucken Was wir hier so machen können Hier hinauf Anscheinend müssen wir Die Wasserfälle hoch Direkt durch das Blutjoch Legen wir los Das Wasser riecht verfault Leb lieber damit Verdammter Dreck Meine Hände sind voll Aber nicht loslassen Das muss man mir nicht zweimal sagen Hoffentlich hält das So viele tote Maschinen Will das Rost sein? Dass die die Maschinen da reingesetzt haben Und die Oh Alles gut Hörst du? Klingt nach einer Maschine Ich hab so das Gefühl Ja natürlich So viel zum Thema Man übertreibt's mit dem Klettern Warte Wir sind hier ungeschützt Sie hat jetzt nicht gesehen Los geh weg Eine Art Rebellenlager So viele Maschinen Abgeschlachtet Da kommt frisches Wasser Von den Fällen Der Damm blockiert es sicher Schalten wir zuerst die Rebellen aus Bevor wir uns darum kümmern Zwei gegen viele Alles für das Tiefland Bewegung start Bewegung start Bewegung start Ich bin eins mit dem Klass Ich bin eins Ich bin eins Und dann Ich bin eins Ich bin eins Ich bin eins Und dann Ich bin eins Schau nach Maschinen und Tiefländern. Hilfreich, wenn ich das im richtigen Moment treffe. Ach, komm schon. Nicht mal getroffen. Busy, was los? Ach, Quatsch. Hier ist nix. Wollt ihr da drüben nachsehen? Ich hab nichts gesehen. Lass. Ich hab nichts gesehen. Ich mach dich! Scheiß doch, ihr Hund. Warum muss das immer so lang sein? Du bist in meinem Gebiet. So, warte mal, den krieg ich doch auch noch. Das rote ist mehr nervig als... ...es irgendwie nützlich ist, auch wenn es nervig sein soll. Ich hasse das, das ist einfach dumm. So, warte mal, den krieg ich doch. So, warte mal. So, warte mal. So, warte mal. Ja, das war dumm von mir. Ist aber kein Problem, das kriegen wir auch hin. Er braucht Eis. Was? Was? Du schlägst den Kalf mit seinen eigenen Waffen. Du schlägst den Kalf mit seinen eigenen Waffen. So, warte mal. 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 ein maschinen köder das erklärt all diese maschinen aber was soll der hier vielleicht hilft mein fokus das könnte ich ausnutzen die rebellen hatten ja eine große operation es muss noch was geben was uns verrät was los war ich dachte ich hätte ausrüstung bei den fällen gesehen ausrüstung bei den fällen maschinenschrott und kaputte verderberteile zum überbrücken haben die rebellen sie hier getestet also sind diese toten maschinen was fehlschläger vielleicht ich dachte ich hätte ausrüstung an den klippen bei den fällen gesehen ja da war ich doch schon oder nicht gehen wir mal nach da oben einfach mal mitnehmen was wir können und dann sollte das gut sein oder da haben wir es doch eine nachricht von einem der söhne des prometheus demnach wollten die rebellen weg beschlossen aber den damm zu bewachen als sich das wasser erklärt er sie sahen eine chance und ergriffen sie was das ist klar ja gut warum ist es verständlich mein wasser maschinen rost dass das für menschen nicht unbedingt gesund ist ist logisch mag es jetzt nur wie können wir das klären ich muss mich überlegen wir müssen bestimmt irgendwas in die luft springen wir müssen den haufen loswerden ein treffer damit könnte viel schaden anrichten so ein ding ist auch im heim in der arena um maschinen auszuschalten ich glaube ich weiß was passiert ist die rebellen haben maschinen her gelockt um sie zu überbrücken aber sie erwischten nicht alle also töteten sie einige mit der balliste und der damm entstand als sie dass dadurch das blutjoch nicht mehr weggespült wurde blieben sie und bewachten den damm elende feiglinge uns vergiften bis wir dahin siechen in den damm steckt ein explosiver beutel einer maschine kannst du ihn einreißen ich sehe es mir mal an okay ich warte hier ich sollte den damm scannen vielleicht gibt es eine schwachstelle ja mit der balliste ich mein komm schon das reicht nicht für den damm vielleicht kann ich ihn auseinander ziehen und den beutel freilegen und ich kann nicht beides gleichzeitig Die Balliste! Ateca! Kannst du mit der Balliste feuern, während ich das Ding aufhalte? Ich bin dabei! Dein Auftritt, Ateca! Warte, ich bin gleich in Position. War vielleicht ein bisschen nah, aber kann man mal machen. Ein Problemmädchen. Machen wir. Aber nicht mehr heute. Nicht mehr in diesem Part. Das Dornmarsch. Die Rebellen haben es ausspioniert. Wäre ein schöner Gleitflug. Ja, diese Idee hatte ich auch. Zum Glück ist das nicht mit Ausdauer verknüpft. Kommt bestimmt. Irgendwann. Gleiten nur, solange die Ausdauer reicht. Irgendwas. Dass was schön ist, versauen sie doch im Nachhinein. Im Nachhinein immer. So, Fähigkeiten. Bäm, 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 bäm. Wasser hier scheint wieder sauber zu sein. Super. Ich muss zu Ateca. So. Ja, hier will ich sowieso hin, weil es hier bestimmt ein Lagerfeuer gibt und ich hier in Ruhe speichern kann. Nee, das... Sorry, aber an Gwen kommt ihr nicht ran. Und wie fühlst du dich, Sella? Bereit für die Jagd. Noch nicht. Hehehe. Kleine Kriegerin. Ich versprach dir eine Belohnung, die angemessen ist. Ich wüsste nichts passenderes als das. Danke. Wohin dich deine Reise aufführt, Aloy? Fliege stets auf den Flügeln der Zehn. Na dann. So, Nebenquest fertig. Ist doch super. Jetzt würde ich gerne irgendwo nochmal speichern. Wenn du glaubst, du kannst mich in streichen. Du und der Häuptling haben das euer Aufruf gemacht. Und eine fremde Regala herauffordern kann. Können die genaßen aufhören. So. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.